ja hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir heute mal eine etwas andere perspektive ich dachte mir realtalk ungeschnitten das muss trotzdem irgendwie so eine car life umgebung sein und habe mich entschieden mein auto zu setzen mir einen schönen ort ausgesucht und ja ich würde euch dann mal ein bisschen was erzählen und ja ich denke mal die kameraposition ist alles ziemlich gut hier und ja wie soll ich anfangen ja in letzter zeit kamen keine videos hat mich auch ein bisschen gestört muss ich sagen weil ich habe da immer mega spaß dran das zu schneiden und irgendwie da irgendwelche effekte rein zu ballern und wenn man nur diese leidenschaft hat sage ich mal oder diese eine leidenschaft komplett auslebt dann ist das ziemlich schwierig damit klar zu kommen würde ich mal sagen und ja am 19.8 war eigentlich das erste ereignis was mich ziemlich aus der bahn geworfen hat muss ich mal sagen und ich war mit dem audi unterwegs und auf dem weg zur arbeit und eigentlich gar nichts mehr gedacht ein bisschen eher losgefahren weil ich nur mit einem kollegen quatschen wollte steht an der ampel und merkt dann nur so wie es auch immer voll nach vorne geht und weil vor mir jemand gebremst hat der ein lkw rauslassen wollte auf einer komplett befahrbaren straße sag ich mal wo eigentlich gar kein platz dafür war und mein pre assistant hier von dem audi hat mich dann schon gewarnt hat auch schon gleich die bremse halt betätigt und ja dann stand ich schon und dann dachte ich mir auch wie kann er denn jetzt da rauslassen ne ja und in dem moment merkte ich halt diesen ruck und ich dachte mir so und das auf dem weg zur arbeit halt ne und das war tatsächlich so dass mir jemand drauf gefahren ist und das war mein erstes mal so sage ich mal wo überhaupt sowas passiert ist wo ich mir immer angst vor hatte weil man selber passt ja immer eigentlich darauf auf dass nichts passiert und rechnet mit der dummheit der anderen weil das auto einem halt lieb ist ne und man selber möchte daran ja kein schaden verursachen und dann passiert sowas naja die frau die das dann da veranstaltet hat meinte dann auch so ja sie hätte mal mehr abstand halten sollen und ich dachte mir so ja geile aussage so in dem moment aber okay und ja bei dem unfall ist mir auch klar geworden dass die leidenschaft innerhalb von wenigen sekunden einfach weg sein kann weshalb ich auch tatsächlich den audi dann verkaufen wollte und ich dachte mir so was ist das für ein unglück so ne erst dies dann das und jenes und alles immer wegen anderer leute und ich wollte nicht mehr auf treffen fahren ich wollte eigentlich gar nichts mehr mit autos so in dem moment machen weil es mir einfach so weh tat dass fremde leute nicht aufpassen und dann auch noch diese aussage mit der ich hätte immer mehr abstand halten sollen ja ganz ehrlich das ist einfach ja nicht wie soll ich sagen nicht durchdacht sondern einfach schlecht weil ja also dass das gehört da nicht ne und könnt ihr ja genauso sein am handy gewesen oder was weiß ich und deswegen leute ganz ehrlich passt immer gut darauf auf und macht solche fehler nicht was andere machen dann solche situationen die sind nicht schön und ja da erstmal wieder zurückzufinden wo man denn war ist ziemlich schwierig aber man schafft es irgendwann hat aber natürlich immer die angst so wenn einer von hinten ziemlich nah drauf kommt oder so dass ja dass die dass diese situationen sich wiederholt und das bleibt erstmal für eine einige zeit sich mal in dem kopf eingebrannt und das muss man darüber erstmal darüber muss man das mal wieder hinweg kommen sage ich mal das auto war dann eine zeit lang ja beim gutachter und dann bin ich dahin gefahren und dahin gefahren bei der versicherung nochmal und dann der schadensnummer und dann hat diesen noch in frage gestellt und dann musste ich das noch beantworten es war mega viel lauferei also ich wünsche niemandem einen unfall das ist einfach so nervenaufreibend sage ich mal und ja dann war diese geschichte noch lange nicht gegessen sie ist auch immer noch lange nicht gegessen weil das auto wurde zweimal nachlackiert und ja war dann dies und das war das und ich habe mich nicht gefühlt ich konnte nicht fahren ich durfte kein auto fahren weil ich eine Halskrause hatte konnte mich auch kaum bewegen hatte mega schmerzen und ja dann irgendwann eines tages musste ich mein auto abgeben hab das dann zu der firma gebracht und wurde auch alles gut aufgenommen und so auch alles was dran war sag ich mal wurde fotografiert aufgenommen detailliert aufgeschrieben und das hat echt gut funktioniert ich habe dann einen rechtsanwalt hinzugezogen weil mir das empfohlen wurde und dadurch dass es ja ein auto bzw auf dem weg zur arbeitunfall war also ein bg fall war die ganze sache noch etwas tricky und da kamen von allen seiten kamen die briefe halt rein und war nicht so cool ja aber es hat sich eigentlich alles gut sag ich mal durch den rechtsanwalt auch aufschreiben lassen und ja also man hatte da schon eine gute unterstützung sag ich mal bei fragen etc auch beim gutachter und ja wenn es dann sag ich mal zu diesem vorfall kam und ich kein auto fahren durfte ja klar ich habe natürlich ein bisschen video material noch zu hause aber dadurch dass ich halt gesundheitlich ziemlich eingeschränkt war konnte ich halt nicht schneiden nichts und ich bin immer so ich lege immer viel wert auf meine videos und dass ihr da auch interesse habt die anzuschauen deswegen habe ich eigentlich auch nicht gedacht dass ihr dieses video jetzt hier was ich gerade drehe haben wollt und hab dann auf instagram die frage gestartet und fand das eigentlich echt cool muss ich sagen und hab dann gedacht da komm lässt sich mein auto ins auto und da muss ein bisschen muss ein bisschen feeling da sein und ja so weit so gut das auto habe ich jetzt wieder wie man sieht ich sitze in dem und ist auch alles repariert alles fachmännisch gemacht gilt nicht als unfallwagen dadurch dass es halt nur ein auffahrunfall war wo keine ja sag ich mal großartigen karosserieschäden dran waren und ja ich habe immer noch ein paar probleme die ich noch lösen muss weil ich habe ja diese assistenten dran und dieser spurhalteassistent zieht immer noch nach rechts und ich weiß nicht warum und da wurde schon nachgeforscht achsvermessung und alles gemacht und damit bin ich noch nicht so ganz zufrieden muss ich sagen ja dann dadurch dass ich eine ganze weile nicht fahren kann oder konnte kam dann hinzu dass ja wie soll ich sagen ein schicksalsschlag nach dem anderen kam dann halt so was man so aus der familie halt hörte und was alles schief geht und hatte man auch keinen elan irgendwelche videos zu drehen wo dann keine ahnung wo man mir vielleicht anmerkt dass es mir nicht so gut geht oder so und ja wie soll ich sagen habe ich dann nichts mehr weiter bei gedacht und hab dann mein leben sag ich mal so ein bisschen dann wieder aufgenommen war bei deiner arbeit und alles und ja dann den konnte ich halt wie gesagt nicht fahren oder konnte wieder fahren und wie gesagt das video ist ungeschnitten also ich schneide hier auch wirklich nichts raus deswegen entschuldigt mir ein paar versprecher oder so ich bin ja da immer sehr super im versprechen und irgendwelche wörter finden und so und aber ich denke mal das ist eine ganz andere ebene mal ohne zu schneiden irgendwas hochzuladen vielleicht setze ich am ende so ein bild rein oder so vielleicht als ihr da lust habt aber ja und mal schauen ja auf jeden fall hab ich mir nichts weiter bei gedacht war wieder arbeiten habe meine arbeit wieder aufgenommen und dann war der eine tag wo ich mir so dachte das ist ja der zweite punkt auf dem auf dem thumbnail sag ich mal dass ich operiert wurde hat nichts mit dem unfall zu tun und ja dann war das halt so eine story sag ich mal wo ich mir so dachte hast du ein gnubbel am nacken was ist das tut voll weh spannend bei jeder bewegung beim kopf runter machen und so beim haare waschen oder beim duschen und hat mir eigentlich nichts dabei gedacht vielleicht so ein pickel oder so ein eingewachsenes haar keine ahnung und ja und dann auf der arbeit wurde das eigentlich immer schlimmer immer wenn ich mich angestrengt habe viel mich bewegt habe oder so habe ich dann halt so gedacht ein bisschen schwindelig ist ja schon kreislauf und in einem tag ich glaube das war jetzt der freitag vor zwei wochen gut über zwei wochen glaube ich war das jetzt her und hab dann auch voll fieber bekommen ich dachte so was ist denn jetzt los und hab schon gemerkt irgendwas ist feucht am rücken ganz komisch und ja hat sich das so ein bisschen geöffnet sag ich mal war dann eiter drin und also jetzt nicht geplatzt oder so um gottes willen aber man hat es halt gemerkt das ist so ein bisschen wie nennt man das so süft oder so richtig eklig und ja dann habe ich mir halt schon sorgen gemacht und ich bin dann mal so ich kriege immer voll paranoia bei sowas und dachte mir wollte es ja eigentlich erst montag zum arzt gehen und dies und das und ja weil auf arbeit halt auch ein paar sachen umgeändert wurden vom schichtbetrieb und so und da wollte ich halt natürlich den informationstag auf jeden fall dabei sein und das alles mitzukriegen und ja dann der tag hat mir sag ich mal so zu sagen strich durch die rechnung gemacht dadurch dass ich dann das gemerkt habe dass es mir doch echt schlecht ging dadurch und bin dann auch gleich morgens nach der nachtschicht zum arzt gefahren und der meinte dann so ja das ist ein weichteiltumor nennt sich athorom oder so und hab dann erstmal mit dem war schon ein bisschen geschockt muss ich sagen und ja dann meinte dann ja ich überweist dich mal an chirurgen und das wird bestimmt aufgeschnitten und dadurch dass du ja schmerzen hast wird das wahrscheinlich weg operiert ich dachte okay und ja bin dann auch direkt zum chirurgen dann nächsten tag bzw es war samstag sonntag dadurch bin ich dann erst montag hin montag zum chirurgen und ne quatsch ich bin freitag noch zum chirurgen genau ich bin ja den freitag beim chirurgen gewesen und direkt danach und da wurde das dann direkt aufgeschnitten genau so war das weil ich ja schmerzen hatte dann hat er das aufgeschnitten hat das halt vorher betäubt mit eisspray und so und hat das dann aufgeschnitten und ja hat das dann alles rausgedrückt und keine ahnung auf jeden fall hat das mega weh und hat mir dann da so ein verband dran gemacht und musste dann montag wieder zum verbandswechsel da durfte er nicht duschen natürlich voll die qualen ich durfte mich nur waschen und so und auch kein auto fahren weil das ding da hinten halt so so wie sich sagen halt mich richtig beeinträchtigt hat beim gucken halt rechts links und alles und ja dann hat er gesagt ja hat der chirurg dann gefragt hast du schmerzen ich sag ja ja gut dann dann müssen wir das auf jeden fall operativ entfernen okay dachte ich alles klar jetzt schon wieder neue schicksalsschlag sozusagen und ja bin dann als terminüberweisung sag ich mal weggeschickt worden musste dann den mittwoch wieder zum verbandswechsel und dann hieß es die op wäre am 20.10. ich solle aber den tag vorher nochmal anrufen bis dahin ist ja sowieso verbandswechsel wenn ich den tag dann sowieso einen termin hätte dann kann ich das auch in der praxis machen ist auch alles super gewesen also die haben da echt gute arbeit geleistet sag ich mal war recht zufrieden und ja dann hatte ich dann an dem tag wurde mir dann bevor ich zur op musste wurde mir noch gesagt ja eigentlich muss das gar nicht operiert werden das sieht eigentlich ziemlich gut aus aber ich kläre das noch mal mit dem herrn doktor ab und dachte mir so ganz ehrlich ich habe sowieso immer pech ich habe keine erwartungen oder so ich denke sowieso schon damit dass es trotzdem operiert wird ja und so letztendlich kam es dann auch die frau kam dann von dem doktor zurück hat nachgefragt und meinte so nein herr doktor möchte unbedingt am donnerstag operieren termin haben wir jetzt schon 9 uhr bist du bitte da okay siehst du habe ich ja sowieso gewusst und bin dann auch dahin und zwar ein ort sag ich mal wo ich sowieso öfters bin wegen meiner migräne ich habe ja eine migräne äh ich bin ja migränepatient und ähm bin dann da hoch ich dachte mir so hm sollte ja eigentlich die zweite tür sein was aber nicht hier und ähm dann bin ich da die treppe wieder runter bin dann in dieses komische parkhaus da rein und da stand dann ein op-zentrum ich dachte mir okay richtig komisch so bin dann die treppe da hoch und dann noch komischer physiotherapie und nur eine op-tür ich dachte mir alter ist das jetzt jetzt schon richtig dieser op-saal ne 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 da sollte man dann klingeln hab ich geklingelt ich sag bin ich hier richtig so und so und dies und das äh ja bist hier richtig ich sag ich hab um 9 uhr einen termin ja gut komm mal rein ne ich sag ich hab hier so einen bogen ausgefüllt sollte ich ja wegen wegen diesem narkosemittel und so sollte ich das ausfüllen und ähm ja dann stand ich da dachte mir okay da unten stand aber einwilligungserklärung keine ahnung nach dem arztgespräch soll ich denn da drei unterschriften ablegen und sie meinte zu mir ja hier ich krieg noch drei unterschriften von dir ich so okay und das arztgespräch ja das führen wir mit dir noch aber ich brauche jetzt die unterschrift haben okay hab ich mir schon ein bisschen komisch beigefüllen muss ich sagen und ähm ja bin dann auch schon mit ihr gleich durchgegangen habe meine jacke aufgehangen habe ich dann umgezogen wo ich dachte ich ziehe mein t-shirt aus und alles und werde dann da operiert nein so war es nicht ich musste alles ausziehen ist auch unterwäsche hab dann diesen op-kittel da angezogen wo der war richtig schön warm und ähm auch mit haarmaske und zopfgummi und so und schuhe ins regal und alles und dann meine sachen in den beutel rein Wertsachen alles abmachen und mitnehmen dann saß ich da in so einem ich weiß nicht was es war ein aufwachraum oder so und dachte dann, hier geht es jetzt schon los, ja, ich sollte mich mal auf diesen Stuhl da setzen, da habe ich mich auf diesen Stuhl gesetzt, da war es echt in dem Moment ziemlich unwahrscheinlich, muss ich sagen. Kam auch dann die Assistentin rein und meinte, oh, was ist denn hier los, wenn Männer schon mal hier irgendwas machen, dann hinterlassen die immer voll die Ohne, das fand ich ein bisschen lustig. Hat dann da erstmal kurz aufgeräumt und hat dann bei mir schon mal alles, so ich mal, aufgemacht, von dem Pflaster, von dem Verband und so und meinte so, ist das das? Ich sage, ja, das ist das, was anderes habe ich ja nicht hier. Und ja, dann kam auch schon so ein Assistenzdoktor rein und hat dann schon angefangen, da irgendwelche Sachen auszupacken. Sie hat dann schon diese örtliche Betäubung aufgezogen, sage ich mal. Und ich sage, wird das jetzt hier gemacht? Ja, ja, wir machen das hier oder möchtest du dich lieber hinlegen? Ich saß ja auf einem Stuhl. Ich sage, nee, nee, wir können das ruhig im Sitzen machen, so nach dem Motto, ich könnte ja schnell aufspringen und abhauen. Und dann habe ich gesagt, hm, okay. Und dann hatte das komplett um diesen, ja, ist ja ein Tumor gewesen, um diesen Tumor hatte das alles, ja, örtlich betäubt. Fünf Stiche oder sechs Stiche waren es, weil es halt ziemlich groß war. Und dann zwischendurch kam dann die Frage oder kam dann die Antwort. Ich sage so, kann da denn irgendwas schief gehen? Ja, schief gehen kann immer irgendwas. Ich dachte mir so, okay, das ist schon mal die Antwort, die ich nicht hören wollte. Und, ähm, ja, dann hat er da angefangen und er so ein bisschen getastet und so, wo er dann diese Narkose da reinspritzt. Und, ähm, ich dachte mir so, hm, jetzt, was, was macht er denn jetzt da? Und dann hat er doch ernsthaft, ähm, gesagt, oh, das ist immer ganz schön tief. Äh, ich muss, glaube ich, ein bisschen tiefer spritzen. Er hat dann nochmal angesetzt. Ich dachte mir so, alles klar. So, und dann saß ich dann noch, da kam auch, das war wirklich ein Aufwachraum, kamen dann noch zwei Menschen auf Betten reingeschoben und so. Und, ähm, dann saß ich dann noch. Und dann war der OP frei und ich konnte rein. Dann dachte ich, komm mal mit, dann gehen wir schon mal in den OP-Saal und so. Dann war das da so eine Liege. Und, ähm, die war auch richtig komisch. Ich dachte, man hat so wie bei einer Massage oder so, so ein Loch im, äh, im Kopfteil, damit man schön gerade liegt. Ne, ne, ich lag richtig mit dem angewinkelten Kopf so. Und, ähm, ja, hab ich auch ein bisschen komisch gefunden, weil ich hatte irgendwie voll Paranoia, dass da irgendwas schief geht oder dass die einen Nerv treffen oder dass das irgendwie komisch zusammenwächst, dass ich dann irgendwie eingeschränkt bin in der Bewegung. Und, ähm, ja, dann bin ich dann in diesem OP-Saal gewesen. Und da war dann eine nächste Assistentin. Und die meinte zu mir, ist die Narkose bzw. die Betäubung schon 10 Minuten her? Ich sag, keine Ahnung, weil ich dachte mir so, hm, länger sagen ist besser als zu kurz, ne? Ja, okay, dann lasse ich mir Zeit beim Händewaschen. Die waren echt alle mega lieb da. Und dann kam auch schon der Doktor rein, der mich operierte. Und wollte anfangen und, äh, hat sie dann so einen Pieks-Test gemacht, ob ich denn da wirklich nur was spüre oder nicht. Und, ähm, ja, dann, äh, war das auch relativ, äh, komisch, sag ich mal. Ähm, weil die dann nochmal sechsmal um diesen Tumor rumgespritzt haben. Und dann innerhalb von zwei Minuten ging es auch schon los. Und ich sag so, hm, geht es denn jetzt schon wirklich los? Und ich hab nur was gemerkt, wie das da die ganze Zeit geschnitten wird. Also ob man so ein Brötchen schneidet oder so. Also es ist immer richtig noch komisch, darüber zu reden. Und, ähm, ja, dann hab ich dann nachgefragt, weil ich konnte ja reden. Ich sag, haben sie schon angefangen? Ja, wir sind schon dabei. Und die haben dann auch, äh, da direkt so voll rumgedrückt und alles. Und ich hab nur gehört, so als ob die da rauf haben, ne? Aber es war ein richtig komisches Gefühl. Ich hatte dann so eine komische grüne Decke hier auf diesem Teil drauf, wo nun ein Loch drin ist. Ähm, wo das dann abgeklebt ist unten und drunter, damit halt das Blut nicht da rausläuft. Und ich hatte die ganze Zeit meine Augen zu. Und auf einmal machte ich meine Augen auf, weil ich mich halt auch mega erschrocken habe, weil das dann echt wehtat. Und, ähm, da stand da so ein Wagen, wie in einem Horrorfilm, wo die die ganzen Bluttupfer draufschmeißen. Und ich dachte mir so, Alter, ich kann momentan kein Blut mehr sehen, nachdem ich bei meiner Weißheitshand-OP so einen kleinen Vorfall hatte. Und, ähm, hab ich dann, in dem Moment weiß ich auch ehrlich gesagt nichts mehr. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie einen Kreislaufsturz hatte oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall weiß ich davon nichts mehr. Ähm, und dann, äh, haben sie auch schon genäht. Dann hat die Frau mir gesagt, ja, sie nähen jetzt. Und es könnte ein bisschen zwicken und so. Und, ähm, wir sind aber gleich durch. Ja gut, dachte ich. Alles klar. Und dann auf einmal hat der Stich, war wohl neben der Narkose oder so, der hat mich voll weggecrasht, so, ne? Der hat so wehgetan. Und diesen PX, den spüre ich heute noch. Und da hat die Assistentin so meine Hand gehalten. Das fand ich voll süß. Die war auch wenigstens warm. Meine Hände waren arschkalt. Und, ähm, ja, wir sind gleich durch. Und, äh, dies und das. Und wir sind schon am Nähen. Und, äh, hat man ja gehört halt auch, ne? Und, ähm, war ich schon ein bisschen beruhigt dann und so. Und dann durfte ich auch wieder aufstehen. Die Weintel setzen sich erstmal langsam hin. Wir sind jetzt soweit fertig. Und wir machen den dickeren Verband drauf, damit die Gefahr halt, ähm, nicht so, äh, da ist, dass es wieder nachblutet. Und da habe ich so Paranoia gehabt. Auch beim Liegen. Ich konnte nur auf der linken Seite liegen. Dann, als ich zu Hause war, habe ich eigentlich sehr, sehr oft geschlafen. Weil ich mega die Schmerzen hatte. Autofahren alles konnte ich ja sowieso nicht. Oder durfte ich nicht. Ähm, wegen dem Umdrehen halt. Ich habe das versucht, weil ich mein Auto zwischendurch, ähm, mal wegbringen musste. Und habe dann in die Spiegel geguckt. Und ich dachte mir so, hm, alles klar. Sie ist ja eigentlich gar nichts, weil du kannst dich nicht umdrehen. Du guckst zwar in die Spiegel, aber es ist nicht das Gleiche. Und, ne, Quatsch. Ich bin an dem, das war nicht so, das war nicht so. Sondern ich war auf dem Weg an den Sonntag, wo dieser Informationstag war, wo ich eine Nachtschicht hatte, wegen den neuen Schichten. war ich, ähm, äh, zur Arbeit gefahren. Und da hat mich das schon mega eingeschränkt. Und, äh, genau so war das. Und, äh, ja, genau. Und, ähm, so bin ich dann zur Arbeit. Und hab dann gesagt, hab aber vorher mich, äh, gemeldet und meinte so, hier Leute, damit ihr Bescheid wissen, wegen Stückzahl und alles, dass ich, ähm, dann nur kurz für diese Information bleibe und danach wieder nach Hause fahre. Und, ähm, ja, ging auch alles gut, sag ich mal. Ja, war dann froh, als ich zu Hause war, weil man fühlt sich echt unsicher, wenn man nicht so richtig sich bewegen kann und irgendwas sieht, was, äh, hinter einem passiert. Und, ähm, ja, das war eigentlich schon die Geschichte von meinem, äh, von meiner Tumor-OP, sag ich mal. Ziemlich, äh, ja, erschreckend und, ähm, komisch, weil ich ja auch noch, ich sind ja mal ziemlich jung bin. Und, ähm, ja, ich hatte noch eine nächste Story, da war auch wegen meiner Migräne alles. Ich hab eigentlich irgendwie immer irgendwas, wo ich was erzählen kann, weil immer irgendwas komisches passiert. Ähm, musste ich auch, um das halt alles abzuchecken, zum Neurologen nochmal. Und, ähm, da wurden mir dann mal, weil der Verdacht war, dass es noch vom Unfall kommt, ähm, weil mein linker Arm immer einschläft. Und, ähm, ja, äh, bin ich dann da hin und dann wurde die Assistentin halt alles vorbereitet. Und, äh, meinte dann so, ja, wir messen gleich mal deine Nerven in dem Arm, der halt immer, äh, diese Paraisie oder so hat. Und, ähm, dachte mir so, okay, tut wahrscheinlich nicht weh oder so, ne. Hat die mir dann hier so ein Plus- und Minus-Pull an die, an die, an die Finger gemacht. Und hier so ein Armband rum mit so einer Elektrode. Und dann kam der Doktor rein und sagte, ja, falls, äh, falls es gleich, äh, wie so ein Stromschlag ist, ähm, dann bitte nicht, äh, deinen Fuß treten, ne. Weil sonst hätte ich halt voll in die, äh, zwischen die Beine getreten, ne. Da extra so zurückgerutscht und so. Und ich hab wirklich, also ich hab richtig so gezuckt, weil das tat echt weh. Und, ähm, also man erschreckt sich ja, weil es wie so ein Stromschlag ist, weil das hier auf diese, ich kann das ja mal zeigen, auf diese, auf diese Bahn hier, direkt darauf, da, ähm, haben die das halt draufgesetzt. Und, ähm, da wurde das halt gemessen. Einmal hier, einmal hier, dann hier unten an dem Knochen bis zum Ellenbogen. Und, ähm, ja, und dann auf einmal ging das Gerät. Und er meinte, oh, der Ausschlag ist aber gar nicht richtig, der ist, äh, total, äh, verschwommen oder so, wie man das nennt. Und, ähm, ja, dann war das tatsächlich, äh, so, dass dieses Gerät nicht funktionierte. Und er hat immer gesagt, okay, jetzt passiert's, jetzt passiert's. Und es hat aber nicht, äh, funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Und zwischendurch waren dann die Ausschläge mal da, wo er dann auch getroffen hat und alles. Und hat sich dann beschwert, warum, äh, denn alles hier kaputt sei und, äh, nicht funktionieren würde. Und ich dachte so, okay, ich sitz als Patientin immer noch hier in diesem Raum, ne. Und er sagt so, ja, ich mach das sowieso nur noch alles aus Spaß. Ich dachte mir so, yo, Alter, was ist jetzt los, ne. Und, ähm, ja, fühlt man sich schon ein bisschen komisch, muss ich sagen. Ja, letztendlich war dann, ähm, die Aussage, meine Werte sind zu hoch. Und, ähm, ich müsste, ähm, das auf jeden Fall nochmal nachmessen lassen im Januar. Ähm, Zwecks Karpaltunnel-Syndrom oder so, keine Ahnung. Und, ähm, ja, das werde ich auch nochmal machen lassen. Abchecken und so, das ist halt wichtig. Aber es waren auch schon echt so viele Schicksalsschläge und so, die einen halt so richtig runtergezogen haben. Und deshalb auch keine Videos kamen. Und, ähm, wir lenken uns jetzt auch langsam an dem Ende des Videos. Ähm, auf jeden Fall fand ich es ziemlich krass, was da in letzter Zeit alles so abgegangen ist. Und ich dachte mir so, ich lasse euch da einfach mal teilhaben, weil das ist eigentlich ein relativ einfaches Video. Ähm, wo ich halt, wie gesagt, nicht schneiden muss und alles. Und wo es einfach mal so wirklich von Person zu Person aus, ähm, übermittelt wird. Und, ähm, ja, jetzt am, äh, am Freitag wurden meine Fäden gezogen. Und, ähm, ist auch alles gut so weit verheilt. Wächst langsam richtig gut zu. Ähm, muss beim Duschen noch ein bisschen aufpassen. Und, ähm, ja, hat sich dann auch noch letztendlich herausgestellt, dass ich eine, äh, komische Wasserpflasterallergie habe oder so. Es ist ja alles entzündet drumherum und, ja, durfte ich dann diese Pflaster halt nicht mehr nehmen. Ja, und, ähm, ja, Fäden sind wie gesagt draußen. Bilder habe ich tatsächlich auch, aber die, äh, zeige ich euch nicht. Ähm, weil das ist echt, ähm, Triggerwarnung, sag ich mal, ne. Und, ähm, ja, das würde ich mal sagen, war es von dem Video, ne. Ich hoffe, euch gefällt das. Ihr habt es euch gewünscht, nachdem ich nachgefragt habe. Und, ähm, wie gesagt, ich finde das, ähm, eigentlich immer ein ziemlich cooles Video, so von Person zu Person zu reden. Und, ähm, ja, finde es cool, dass euch das interessiert hat. Und, ähm, ich würde sagen, passt auf euch auf, bleibt immer schön gesund. Ähm, Corona hatte mich ja dann vorher auch erwischt. Und ich sage euch so, ganz ehrlich, das wünscht man auch keinem. Ähm, war auch eine echt komische Qual, aber dieses Zuhause bleibt halt nichts zu tun. Deswegen durfte ich ja da auch kein Auto fahren, weil ich ja nicht raus durfte. Und, ja, es war auf jeden Fall, äh, ziemlich viel passiert. Und das wisst ihr jetzt, darum kamen keine Videos. Und ich danke euch auf jeden Fall für euren Support und für eure Likes und, ähm, Fragen, die ihr mir immer stellt. Und ich bin auch immer jederzeit für euch da. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann beantworte ich die euch. Und, ähm, ja, wünsche euch alles Gute. Und ich denke mal, wir sehen uns dann im nächsten Video am nächsten Sonntag. Und, ciao! Und, ciao!